Ständige Streitereien im Badezimmer? Darauf hat Anna Loos keine Lust und setzt deshalb in ihrer Ehe mit Jan-Josef Liefers auf getrennte Waschbecken. Seit 20 Jahren sind Anna Loos, 54, und Jan-Josef Liefers, 60, schon verheiratet. In der MDR-Sendung Riverboat gab die Schauspielerin am Freitagabend, 29. November 2024 einen Einblick in den ehelichen Alltag und verriet dabei einen überraschenden Beziehungsstipp. Anna Loos will Jan-Josef Liefers nicht verändern Wir haben ein Bad, aber wir haben tatsächlich zwei Waschbecken, antwortete Loos in der Talkshow auf die Frage nach den Geheimnissen ihrer Liebe. Zwei Bäder waren noch besser, aber das muss man sich auch leisten können, fügte sie hinzu. Denn am Waschbecken hört für die Schauspielerin und Sängerin offenbar der Spaß auf. Ich habe einen Ordnungsstick, ich bin super ordentlich und auch ein bisschen pingelig. Das würde meine ganze Familie unterschreiben. Ich stehe einfach nicht auf Barthaare im Waschbecken und angetrocknete Zahnpasta. Die Lösung für familiären Frieden liegt deshalb wohl in getrennten Waschbecken. Ich will mich aber frei davon machen, dem anderen anzuordnen, wie er das handhaben soll. Ich will Jan nicht verändern. Deswegen finde ich getrennte Waschbecken sehr gut und die bessere Alternative. Viele stehen ja auch auf getrennte Betten. Das ist nicht so mein Ding. Ihre Liebe begann bei Dreharbeiten. Das Ehepaar setzt auch auf viele Gespräche, wie Anna Loos schon 2023 in einem Interview mit dem Bunte Magazin verriet. Nach einer Ayurveda-Kur in Sri Lanka erklärte sie, Wir haben es genossen, so viel gemeinsame Zeit fernab von allen Verpflichtungen zu haben. Die Kur hätten sie jedoch nicht benötigt, um über ihre Beziehung zu reden. Das machen wir sowieso. Schließlich sollten sich langjährige Partner, innen ihrer Meinung nach ab und zu in eine Korrekturschleife schicken. Anna Loos und Jan-Josef Liefers standen im Jahr 2000 für den Film Halt mich fest. Gemeinsam vor der Kamera und verliebten sich. Im Jahr 2004 folgte die Hochzeit. Das Paar hat zwei gemeinsame Töchter, die in den Jahren 2002 und 2008 zur Welt kamen. Das Paar mit der Höhe Morten gearert hat sich in einen gostaischen Tag eine Dokumabyrinthe, um die Bescheidung zu verbringen. Mitgliedat SM-3 Untertitelung des ZDF, 2020